Da kommt der Biber Butzelmann, der Butzelmann, der tanzt hoffentlich in dieser Folge gegen, nicht gegen Pfosten, sondern ins Tor rein, Junge. Ja, das wäre doch schön. Ja, erste Folge 100 Abonnenten, Specialfude, kein Abonnent genannt. Ja, aber so läuft es einfach manchmal. Aber ich habe das noch zum Glück rechtzeitig gemerkt, sonst wieder so eine... Und ich mache das jetzt anders, Alter. Bis ich hier Filaini, Filaini finde, Alter. Der Peller spuckt ihm fast wieder mal ein Bier voll, äh, mal ein Rauben voll. Boah, Barclay. Boah, jetzt aber. Wo ist der Typ denn? Da ist er doch. Morane, Filaini. Der sieht ja richtig gut aus. Ja. Der hat gestern durchgemacht. So, der kommt da rein. Nazri kann nur da spielen und da muss jetzt ein starker spielen. Und zwar Ramirez. Und das ist jetzt das Team, was heute alles zerficken wird. Ramirez ist auch eine Bombe, Alter. Dem mag ich ihm jetzt geben. Ramirez ist auch einfach nur, in FIFA einfach nur Gott. Und ich glaube, ich habe... Ich glaube, warum machst du eigentlich nicht Luki Podolski? I don't know. Doch, ich habe... Ich würde doch sogar nicht so passen, oder nicht? Ja, klar. Allein doch mal rein. Ja, weil es was? Als Stürmer bin ich blöd. Was weiß ich. Und wir haben hier FC Maggie P. Und ich mache mal ein Grün. Ich mache mal ein Grün, mein Lance. Bring mir eigentlich nicht grün. Glück, grün. Glück, grün. Und er ist so ein italienisches Team mit Charari, mit Montelivo, mit Cavani, Miccoli, De Rossi, Pirlo, Lucio, keine Ahnung wer der komische Albana ist, Abate, Nagatomo und Machetti, das ist eine übelste Geheimtipp-Bombe in FIFA, der hält alles, Machetti, der hält alles, vielleicht hat er so einen komischen Wert, werden wir gleich sehen, ich glaube der hat hechten 99, ne keine Ahnung, aber wir werden sehen, Machetti ist eine Bombe, Ja, vielleicht hat der Typ sich heute FIFA erst gekauft Und einer, Lindros88RWE, der hat ja auch unter unserem FIFA-Video mal gepostet, dass FIFA bei dem schon eine Legende ist, wann kommt endlich der nächste Part, ja also hier hast du jetzt erstmal Parts on Mars, und das geil ist, FIFA kann man auch so schnell hochladen, das heißt, du musst ja gar nicht lange warten, und Valencia, Valencia, ne, holt er raus, Machetti, 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 okay, nicht Machetti, hey, komm, 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 nicht Mancini, Konzentriert, Bale, oh, wäre fast durchgegangen, und er duselt, er grüselt, er müselt sich, und ich muss auf die Verteidigung achtgeben, und ich hasse diese Verspringer, die waren sonst auch nie da in FIFA, FIFA 13, FIFA 13, Alter, Reality Pool, aber der wollte ja nicht vernatzen, aber es klappt nicht, und du hast ihn, klar hab ich ihn, ah, hab ich ihn nicht, oh, was für ein schlechter Pass, schwacher Loper, aber er spielt auch unsicher, Da ist was drin heute, oh, Übersteiger, uh, ja, Übersteiger toll, einmal alle Tasten gedrückt, und da hast du ihn wieder, der hat so, der hat so gespielt, wie ich, Boxen spieler, Oh Mann, Alter, das muss auch mal ein Special werden, Alter, Daiko bei Fight Night, äh, Fight Night 4, und da ist die Beine, da ist die Monster, oh, man, Machetti, Pass up, ich seh's mal, wer kommt, ja, vielleicht heute wieder das Mikro kaputt, ja, Dann kotze ich aber, dann nehme ich nie wieder FIFA auf. Oder nur noch allein. Oh shit ey. So. Was ist das jetzt, Alter? Ramirez und Bale. Keiner weiß, was er machen will. Aber jetzt weiß Ramirez, dass Bale steht. Und Bale, 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 Bale hat einen Schuss. Bale! Und ja! Zuhause! 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 Und das Tor wird mir für unsere allerersten Abonnenten. Und zwar X, 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 Specialist HD! Yeah! Unser erster Abonnent, er kann es hier noch mal in der Zeitung besehen. Was für ein geiles Tor hier. Und zum Glück kein Abseits, Alter. Mit dem Puppers, mit dem Puppers reingeballert. Und vielleicht der Fehlpass, vielleicht sogar die nächste Putze gleich. Oh, das könnte sogar sein, das könnte sogar sein, Alter. Auf jeden Fall, das Spiel geht schon besser los als die erste Folge. So, du bist durchgestrichen. Ich hoffe, nach der ersten Folge gucken die Leute überhaupt noch. Wieso, was ist das denn für ein Scheiß da? Boah, und jetzt, ich kann... Oh, fuck you, ey! Auch wenn der freische sich schießen kann in Liga 3. Alter, dann kotze ich. Vielleicht ein Profi? Ne. Und Luris. Lurik, während stark. Hugo Luris. Und was für ein gewagter Abfuhr, Walter? Ja, Risiko, Risiko. Und Suarez! Ja, Mann! Suarez! Oh, ich wollte die Übervernatzen, schade. Hättest man getrampt? Ja, hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Dann werden wir jetzt die nächsten drei Putze. Ja, die nächsten drei Abonnenten. Ne, Abonnenten, ja. Aber so einer will ich gar nicht werden, irgendwie, weil das ist einfach nur ein Bär nicht, Alter. In Liga 3 Trampen, Alter. Es geht gar nicht klar, ich kriege wohl noch ein paar Chancen, auf jeden Fall. Vor allem gegen ihn, Alter. Aber jetzt, vielleicht jetzt die nächste Chance. Da als ich vorhin wahrscheinlich auch die Anleitung durchgelesen mit dem Trickstick, Alter. Du probiert hier einiges aus. Und das ist es. Oh, Mann, ey. Ich kriege immer, wenn ich ein Tor schieße, ein Gegentor, wenn ich Let's Play. Immer. Ich habe es noch nie geschafft, dass ich das nicht kriege. Puro Risa! Und jetzt gleich wieder so ein Elfmeter oder so. Und da ist ein Verletzter, aber das ist mir egal. Ich bin jetzt nicht fair, man. Oh, Mann, ey. Oh, für dich. Für dich. Ich hasse einen für einen Fieferhalter. Und Ramirez startet. Oh, Mann, ey, so ein Pass, ey. Suarez, ey, der disqualifiziert sich direkt auch wieder für Führung. Wow, stark! David Luiz wieder ganz stark! Oh, Gott, ey, ich kann nicht mehr passen, normal, ey! Gochelny, Alter, der ist stärker als Luiz, Alter. Der ist die Bombe, Alter. Mein einziger Informspieler, glaube ich. Gochelny? Ja. Gochel. Gezogen oder gekauft? Gekauft. Ich habe mal so einen brasilianischen Keeper als einzigen Informspieler gezogen. Aber ich ziehe auch nicht wie ein Beklopter. Wie ein Besenkter. Und ich muss mich echt mal jetzt konzentrieren, Alter. Oh, das kann nicht wahr sein, ey. Kein Elfmeter? Ach, Quatsch, wenn das ein Elfmeter wäre. Ja, das wär's dann natürlich. Dann hätte ich hier aber echt... Oh, da hast du ihn aber vernetzt! Oh, Mann, halt, Alter! Hand gibt's nicht in FIFA 13? Gibt es, aber kann man nicht in Ultimate Team anstellen. Ja, die Ultimate Team! Das ist die Scheiße. Oh, Mann, die Pässe, ey. Die kommen auch nicht an, ey. Da muss man's mal... Oh, ich wollte gerade sagen, da muss man's mal so probieren. Bitte! Ja. Oh, da passiert nix. Und Nasri, starker Einsatz von ihm. Und jetzt mal den weiten Ball. Oh, Mann, warum kommen die Bälle denn nicht durch? Jetzt Ramirez, Bale, komm, lauf, 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 Kollege! Oh, Mann, ey! Was ist das für ne Passgenauigkeit? Zwei Prozent, oder was? Boah, jetzt, Alter, Suarez. Bale. Suarez. Was ist? Oh, Mann, ey. Machetti. Einen Tick zu langsam, ey. Und Filaini, komm, setz dich durch, Mann, beiß mal, Kollege, beiß mal. Oder haben sie ihn auch zerrissen, Alter? Boah, komm, komm. Was ist das denn? Was nennt man auch mal Foul? Trickstick. Nee, das war, also, nach hinten, wie du, und das ein Trick in FIFA ist, Alter, da weiß ich auch nicht mehr. Was ist das hier für ein Einsatz? Was ist das hier für ein Einsatz? Boah, riskanter Pass da vorne, Alter. Ah, das ist alles geteilt. Schönes Spiel, schönes Spiel. Alles geteilt. Und jetzt ist die Seite offen, die Seite ist offen. Und Bale. Und Nasri, was für ein Strahl. Sami Nasri. Das war ein Strich. Der Franzose. Und jetzt vielleicht mal Kopfballtor. Luis, nee. Da wie Luis, ja. Ja, nee. Ja, der kann sich immer richten. Luis, der geht auch echt aus. Spongebob, Alter. Nee, Sideshowbob, Alter. Wie heißen die Leute? Nice. Oh, wow, der Pass. Fingletummelbob. Und das, die... Oh, Mann, ey. Boah, so viel Pech kann man nicht haben. Ich muss echt sagen, du hast Pech pur. Bale, Alter. Pech pur, Alter. Und was ist das denn jetzt wieder? Da geht ja nicht zum Kopfball hin. Was ist das denn jetzt wieder? Oh, Mann, ey. MAAANN! So was, ey. So was! Boah, der Streik hatte Sorry, Alter. Aber was ist so was wieder? Du hast gerade übelst Pech gehabt, Alter. So, jetzt kannst du warten. Magix. Magix. Kannst du nicht mal Magix schreiben? Idiot. Echt Idiot. Italiener oder was bist du? Der ist auch nur Italiener. Wer... zockt gerade in seiner Müll verseuchten Neapel-Stadt, Alter. Jetzt wird wieder geflamed, Alter. Soll sich lieber mal eine Müllabfuhr leisten, die Buben, Alter. Ja, vielleicht wollen sie ja wieder Buenoscuni haben. Der holt auf jeden Fall gerade auf in der Politikwahl, Alter. Weiß ich, ob du sie irgendwie mitbekommen hast. Ja, ich weiß nicht, dass der Präsident... Mit alten Schandentreiber, Alter. Dass der Präsident von AC mit alten Kamele-Treiber! Oh, Mann, ey. Du darfst das nicht so hochspielen, ey. Dann werde ich nervös, ey. Du warst hochspielen. Ach, egal. Oh, Mann, ey. Das ist doch wieder sowas von verdient. 1 zu 1 verdient. Ich kann beim Netzplay nicht gewinnen, Alter. Wenn du dabei bist, kann ich nicht gewinnen, glaube ich. Und er guckt sich das hier nochmal an, Alter. Du hast das schon mal gewonnen, als ich hier war, Junge. Ja, wo ich besoffen war, Alter. Da weiß ich gar nichts. Ja, das weiß er nicht mehr. Darüber kann er sich nie mehr freuen. Aber eigentlich muss ich so ein Spiel eigentlich gewinnen, ey. War das bitter. Boah, wer das bitter. Boah, wer das bitter. Also den Hackentrick, den hat er sich lange im Glück, wahrscheinlich. In dem Trainingsmodus. Dann hat er auf jeden Fall in Arena geblieben. Manfela Indy ist einfach nur ein langsamer Bob. Da muss ich die Haare abschneiden, dann klappt es vielleicht auch mit der Schnelligkeit. Boah, ich verteidige aber auch gerade desolat. Desolat. Boah, der hat da hier gelatzt durch die Beine, Alter. Komm zu, oder ist, Alter, komm. Das ist schlecht. Das wieder, was ist das wieder für Pässe? Ey, wenn ich die in Liga 1 spiele, kommen die zuckermäßig an, Alter. Und hier, in Liga 3, ich glaube, die haben auch die Mentalität der Liga 3 angenommen. Und das ist es, Alter. Boah, Alter, Sanja, Alter. Verdammte Kacke, Alter. Jetzt muss ich mich echt mal einfach konzentrieren. Das kann nicht wahr sein. Wie kann man wieder so einbrechen, Alter? Wie war es besser? Oh, Mann, ey! Und der Typ fällt hin, steht auf, hat den Ball. Und wenn der das Tor macht, ne, dann flippe ich aus, Alter. Und das ist wieder richtig schlecht gemacht von mir. Und jetzt, komm, Alter, komm, Alter! Er kann nicht mal für zwei Meter laufen, Alter. Oh, nein, welch Mann gelaufen, ey! Was ist das wieder, ey? Schön. Ja, aber den muss Fehler eh nie nehmen, Alter. Und jetzt fehlt Zuhörer ist in der Mitte. Und ich krieg kein Pass durch, Alter. Backe, backe, backe! Lasst das einfach mal auf euch wirken, Alter. Was ist das wieder für ein Spiel, ey? Und er nutzt mich hier jetzt ab, oder was? Ja, deswegen fokussiert der Stille. Oh, Mann, ey! Ja, du musst ein bisschen reden, wenn ich spiele. Wenn ich die ganze Zeit rede, dann kotze ich hier hin, ey! Und was ist jeder ab? Fehler, ich nie! Mann, mein Gott! Gott, ey! Was macht er jetzt für einen Scheiß, Alter? Er macht auch noch einen richtig krassen Eindruck, Alter. Aber David Luisch? Ja, und David Luisch, super David Luisch, Alter. David Luisch? Typ ist so schlecht, ey! Irgendwie habe ich noch heute die Hoffnung, dass David Luisch noch was Bewegendes macht. Ja, vielleicht ein Eigentor jetzt. Vielleicht ein Eigentor? Ja, das kann es natürlich auch sein, Alter. Oh, und der knallt den Ball einfach weg, ey! Und der kriegt den gleich noch, wetten? Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, toll. Es bringt einen Einwurf in FIFA 13, Alter. Was ist das denn? Vielleicht der Konter? Ja, der Konter. Wenn er auf defensiv steht, oder was? Konter kann ich mir am Popo lecken, Alter. In diesem Fall, ja? Aber wieder David Luisch. Einwurf von hinten, Konter. Genau. Einfach mal spekuliert. Putzen! Suarez! Luis Suarez! Yes! Yes! Und da kommt der Bizeps. Da kommt der Bizeps. Und wir haben? Wir haben abonnieren! Abonnieren, Fragezeichen? Ja, bitte! Auf jeden Fall! Denk dran zu spielen! Ja, dann... Alter, ich sehe das hier noch. Wir haben? Da, wo der Ahorn wächst! Und Peter Spandl! Ja, dann Peter Spandl. Ich wollte den anderen vorlesen, aber dann nimmel Peter Spandl. Oh, den kannst du gleich vorlesen, wenn du die nächste Butze machst. Ja, jetzt ist er auch gebraked, glaube ich. Jetzt hat er sein Herz verloren. Ich hab's auch im Gefühl. Oh, Mann, ey. Da kriegst du einfach brutalst rein. Nimm da die Verletzung mit dem Kauf. Und das Mikro hat gerade gewackelt. Eben aufpassen. Na, der Boden wackelt. Wofür gelb, ey? Was sind das für Schiedsrichter? Da kommen die aus Chattikistan, Alter. Der streng. Chattikistan, oder was ist da los? Wenn ich jetzt wieder ein Gegentor kriege, ne? Es ist immer ein Gegentor, wenn ich hier spiele, Alter. Immer. Jetzt lauf doch mal, Bale! Du bist schneller als die Rosti, das weiß ich. Wenn ich mal... Ja, jetzt wieder. Konter! Konter! Da bin ich ganz stark wieder durchgesetzt. Ja, genau. Oh, Gott, ey, das... Hier gar kein Pass mehr durchgeht. Haben die das Spiel gepatcht? Ich weiß nicht. Was ist hier Luis, ey? Ich wollte es nicht nochmal sagen, aber David Luis. 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 Ich nenne ihn einfach Luis, weil er so bombastisch ist. Ich glaube, Suarez ist bombastisch, Alter. Nice, nice! Ja, nice! Nazri! Yes, sir! Und wir haben... Bizeps! Den 70878 Matto! Ich nenne die Leute immer Matto, euer Nasriss und Matto. Und wir haben Sitting Z, X, 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 X. Und Sie haben Tom, Tom Schönberg! Tom Schönberg,تي! Herzlich willkommen, Joborn Satan! Ich hoffe, wir werden für niemals dabei sein. Na klar! Na klar! Na klar! Sowieso denn nicht! Why not? Bist du denn nicht? Why not it? Also warum eigentlich nicht? so es geht auf jeden Fall weiter erste Break der Gegenspieler und Deiko macht die nächste Butze aus 30 Metern, nein, leider nicht, am 16 Meter aus 30 Meter, aus 30 Meter, das muss man aber auch können, man muss auch mal die Realitäten, verschiedene, ja, verschieben, so der Fernseher sagt wieder ausmachen bitte, ausmachen, aber das wird jetzt nichts passieren, weil es jetzt einfach zu heiß ist und den Ballast zu, und ihr seht das sowieso nicht, glaube ich, ne, was, ne, ne, das sieht man nicht, was dir der Fernseher sagt, wenn sie bleibt das nur still für uns, ihr sagt, Alter, bleibt ihr euch da sicher? Ist es so, oder so, Alter? Oh, Mann, ey, aber Nasri will noch einen, Nasri will noch einen, Mazzetti, Mazzetti, Mazzetti kommt nicht mehr ran, Mazzetti kommt nicht mehr ran, Nasri kreult sich den Kopf, er weiß auch nicht, was da los war, 82. schöne Minute, das ist die Bello ist, ah, ich hatte Luis eigentlich noch auf der Rechnung, aber da ist ja noch was, da ist ja noch wer, da ist David Luis, da ist David Luis, da ist David Luis, ah, schade, vielleicht ihn mal einfach ins Spiel einbinden, Ich versuch's, David Luis, David Luis, David Luis, David Luis, yeah, 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 David Luis, yeah, 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 Ja, Dankeschön, Alter, dankeschön, dass du mit David Luis spielst. Und David Luis hat für Felix Katze herzlich willkommen in den... ...ein Tor geschossen jetzt in Battlefield, und wo sie herzlich willkommen und... Körner von der Basemann oder Baseball oder Basemann oder Basemann oder Basemann oder Basemann oder Basemann oder Base Sorry bitte post uns deinen Kanal nochmal in deinen Namen Hyper Hyper und er macht jetzt immer steigern wollte er noch mal will er mich nutzeln will er mich nutzeln und danke nochmal für das Tor von Dami Luisa kein Problem aber wollt er nochmal richtig ich wollte noch mal richtig zeigen heute noch mal richtig zeigen wie Player auf Dami ah jetzt geht er hier auf Risiko da guck jetzt geht er auf Chililetto was war das denn? Abate ist das auch der Typ ist so krass aber manche können es einfach und Luis ja wie du ich die Bombe wieder da kommt kein Einsatz mit einem schönen Einsatz du musst auf jeden Fall gleich wieder eine Fit4Fun-Karte erhalten mit der bei mir eventuell auch wieder dabei ist wir können ja noch locker spielen das ist ja den ganzen Leuten Montolibo hat heute auch nichts gerissen der hat übrigens deutsche Abstammung vielleicht nochmal ein Konter lässt er nochmal ein Konter laufen lässt er nochmal die demütigen durchgehen ich glaub ja ich glaub ja ich glaub ja ich glaub ja ich glaube ja ich glaube ja ich glaube ja ja geht gut los hier 4-1 auf jeden Fall unseren Maestro haben wir jetzt erstmal dabei gehabt 4-1 Suarez, Suarez, Nasri und Luis und Cavani macht einen ha 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 jetzt nennt ihr ihn auch schon Luis ja 9,5 Suarez Spieler des Spiels ok ok die 8,1 ich hätte gedacht damit Luis aber guck und bei ihm eigentlich eine Bombe ja ok Leute und wir verabschieden uns mit diesem schönen Endbildschirm hier und sehen uns in der nächsten Special-Folge beziehungsweise auch in der nächsten Folge FIFA aber es ist immer noch die 100-Abo-Serie Juhu Juhu